Und ich begrüße Helmut Becker, Automobilexperte. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Becker, die Zahlen, die wir jetzt gehört haben, die sind, zumindest was den Umsatz anbetrifft, ja nicht so schlecht. Die Kunden scheinen ja auch nicht düppiert zu sein. Können wir davon ausgehen, dass es so ein bisschen schon in Richtung Ende der Krise geht oder kommt da noch was? Ja, nun Ende der Krise kommt darauf an, auf welche Zahlen man schauen will. Also die reinen Bilanzzahlen werden durch die Rückstellungen und durch die Strafzahlungen auch in den nächsten Quartalen noch belastet. Das heißt, wir werden in den nächsten Quartalen mit Sicherheit Verluste dort sehen. Worauf es aber ankommt, ist das operative Ergebnis, das heißt darauf, wie viele Autos produziert und verkauft werden. Und das kann man in diesen Quartalszahlen, jetzt in dem dritten Quartal noch gar nicht ablesen, denn da stecken die Aufträge und die Bestellungen drin, die die Kunden im Frühjahr und im Sommer getätigt haben, also vor diesem Skandal. Also das kommt erst noch, aber ich bin fest der Meinung, dass da ein großer Rückschlag nicht zu erwarten ist. Die Kunden bleiben ihrer Marke VW treu. Und gibt es ja den Begriff der Schadensersatzklage und die ist in Deutschland vielleicht nicht ganz so dramatisch, könnte aber in den USA, wo es Sammelklagen gibt, ja noch ganz andere Forderungen nach sich ziehen. Ja, diese Sammelklagen stehen im Raum in den USA, die auch eine ganz andere Produkthaftpflicht und eine andere Gesetzgebung haben in dieser Beziehung. Für Europa und für Deutschland ist das nicht zu vermuten, denn Volkswagen hat hier nicht gegen Recht und Gesetz verstoßen. Es ist bisher noch nirgendwo auf den Tisch gekommen, dass man sich hier so verhalten habe, so fehlerhaft verhalten habe wie in den USA. In den USA, ja, da ist bewusst gegen Gesetze und gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen worden, hier in Europa nicht. Dass hier eine Schadenshaftpflicht entsteht, dass das Auto nicht so konfiguriert ist, wie es möglicherweise im Prospekt abgebildet worden ist. Das mag so sein, aber gegen Gesetze hat VW hier nicht verstoßen. Was macht denn jetzt ein Kunde, der einen VW hat? Dieser VW ist betroffen und er möchte diesen VW verkaufen. Und er muss ja offenlegen bei einem solchen Verkauf, dass dieser VW zu den Wagen gehört, die Motoren haben, die betroffen sind von diesem Skandal. Dann hat er doch einen Wertverlust. Was macht er denn damit? Ja, er muss zunächst mal argumentieren, worin der Wertverlust besteht, worin er denn begründet ist. Es ist ja gar nicht sicher, dass der Kunde überhaupt jetzt in dem Sinne einen Wertverlust erlitten hat. Er hat ein Auto, das funktioniert, das wunderbar läuft und das in bestimmten Betriebszuständen, nämlich bei hohen Geschwindigkeiten, bei hoher Leistungsabrufe, dort höhere Abgase ausstößt. Das ist bekannt und das war, wie gesagt, ist nichts Neues. Also wenn er jetzt eine Nachbesserung oder eine Schädigung einklagen will, würde das bedeuten, dass er diese Leistungspotenzial, dass er sein Motor jetzt hat, dass er das vermindern will. Und die Frage ist, will er das? Und will vor allen Dingen der Käufer, der jetzt den VW dann erwirbt, will der eine Leistungsminderung haben, dass er einen niedrigen Preis haben will? Ja, das kann ich verstehen, dass er das als Druckmittel nehmen will. Aber ansonsten rein legal oder rein faktisch ist eigentlich eine Schädigung in diesem Sinne gar nicht verfügbar oder gar nicht vorhanden. Erwarten Sie von VW, dass VW den Kunden noch einmal entgegenkommt? Ja, aus Imagegründen mit Sicherheit. Es ist ja sicher, dass diese Aggregate und diese Einspritzsysteme und vor allen Dingen die Elektronik, die das Ganze steuert, ja 8,5 Mal in Autos eingebaut worden ist. Also diese Diesel-Elektronik. Das heißt, sie ist zwar, wie gesagt, nicht illegal, aber sie ist halt anders ausgelegt, als man das erwartet hat. Ich nehme an, dass VW den Kunden schon entgegenkommen wird. Nochmal, rein aus Imagegründen. Die Frage ist jetzt, wie lange reicht das zurück? Wie alt dürfen denn die Autos noch sein, bis sie sozusagen nachgebessert werden können, bis es wirtschaftlich sinnvoll ist, diese Autos nachzubessern? Da gibt es sicherlich Grenzen und da muss man sich was anderes ausdenken. Herr Becker, danke für Ihre Einschätzung. Bitte schön.